und damit herzlich willkommen in einer neuen folge leute ich war ein bisschen übermotiviert auf der suche nach den perfekten aufnahmen wollte die wollte eben ein bisschen mit dem bus neben dem striegel nebenher fahren der fährt ja da vorne und habe mich dabei festgefahren und da kommt detlev und er muss mich erst mal rausziehen achtung leute ich muss es als werbeanzeige markieren ich bekomme den kostenlos zur verfügung gestellt nicht um den euch in den videos zu zeigen sondern um den auf meinem betrieb zu sehen aber trotzdem wäre ich rechtlich dazu verpflichtet das als werbung zu kennzeichnen nur so viel dazu ich bekomme kein geld den euch zu zeigen oder generell dass ich den in den videos erwähne da bin ich jetzt in der kabine angekommen ja detlev musste mich ein bisschen rausziehen aber dann war er eh schon gerade hier und da haben wir die chance ein bisschen genutzt und ein paar aufnahmen gemacht während er neben mir her gefahren ist ich muss von dieser seite fällen wegen dem licht ne warte mal ich gehe auf dem ecke hinten offen offen beifahrer ist auch schnell auf er satz bahn man mal kinder sich um raus also ich fahre jetzt selber mal eine runde will mir das mal von innen an gucken von außen sieht es schon gut aus muss man sagen macht echt gute arbeit das teil vor allem von der walze bin ich irgendwie total begeistert und was wir auf jeden fall noch machen werden wir werden noch mal auf dem maisacker fahren mit der walze weil einige von euch haben mir geschrieben die machen die zünsler behandlung damit und das soll oder beziehungsweise die maisstoppel behandlung und das soll richtig gut aussehen und da bin ich gespannt ansonsten hat das ganze teil die komfort bedienung das heißt eine steuereinheit fürs gebläse mit drucklosen rücklauf und eine steuereinheit für den komfortanschluss das heißt druck rauf gehen und hiermit schaltet man sozusagen das klappen ausklappen hoch runter durch und hier macht man im prinzip die saat oder steuert die saat kann man sozusagen noch ein bisschen mehr und ein bisschen weniger machen diesen wert kann ich euch nicht sagen konnte der außendienstler auch nicht sagen was das wohl ist was ich persönlich noch ganz gut finden würde ich weiß nicht ob es das gerät hat man hat ja immer wieder stellen von wildschaden dass man per knopfdruck für zehn sekunden oder so die doppelte saatmenge eine dreifache saatmenge raus bekommt weil ansonsten ist das ding jetzt auf fünf kilo auf dem hektar abgedreht und das ist so ein bisschen der ich will nicht sagen nachteil aber das ist so ein bisschen schwieriger weil gerade im wildschaden würde man ja doch gerne mal sagen ach hier mache ich jetzt mal doppelte aussaatmenge damit das ganze auch wieder schön grün wird das wäre eine super funktion also die würde ich wirklich mal begrüßen und zum anderen ist mir noch aufgefallen gestern beim abdrehen und bei der saat für die schale da ist nichts wirklich zum unterstellen vielleicht gibt es da was zu also hier war das wohl nicht dabei wir haben erstmal was von uns genommen dazu kann ich nichts genau sagen aber wenn es wirklich so ist dann kann man das nur zu zweit machen weil die schale dann immer wieder runterrutscht ich denke das ist nicht so gewollt da wird es sicherlich eine alternative für geben das ist mir noch so aufgefallen ansonsten habe ich noch einen kleinen hahn abgebrochen bei dreharbeiten das tut mir ein bisschen leid also das müsst ihr mir denn in rechnung stellen die muss ich euch denn dafür muss ich dann wieder aufkommen aber ich glaube wir haben nämlich ganz gute aufnahmen gemacht heute morgen die sonne war gut also beziehungsweise das licht war war optimal würde ich fast sagen und ja soweit so gut erstmal ich fahre mal erstmal ein bisschen bevor ich so ein richtiges feedback geben kann wie es genau läuft oder was ich dazu sagen kann bis später erstmal bis später bis später so ich habe jetzt bin jetzt ungefähr drei stunden gefahren mit dem guten striegel ich werde mich jetzt mit detlef bei machen und wir bauen jetzt die scheiben ecke an den ans güllefass an ich fülle gerade mit floh einmal noch mal saatgut nach ist wir bekommen das nicht in big bags sondern in sackware und mischen das ja selber mir die gräser so zusammen wie ich das möchte was aber da zum beispiel auffällt wer wenn es voll cool ist wenn die klappe in richtung schlepper öffnet dann ist man ein bisschen beim beim saatgut einfüllen flexibler und muss nicht von einer bestimmten seite rankommen aber das ist ein kleines luxus problem aber das ist glaube ich ein ganz interessanter interessanter punkt wenn es in die richtung öffnet kann man egal aus welche richtung einfüllen ist mir gestern schon aufgefallen weil da waren wir erst diese seite dran mit der palette mussten dann doch zur anderen seite rüber man weiß ja nicht wie wie man generell auf den hof klarkommt oder auf kleineren höfen klarkommen genau das sind ungefähr jetzt 400 kilo die gehen da problemlos rein 600 liter hat der tank also wir hatten gestern genau schon mal einmal so ein big bag drin und da war noch ungefähr drei viertel voll war das ganze wir können ja gleich einmal reingucken wenn er jetzt komplett drin ist wie es dann aussieht sieht so aus als wenn der jetzt aber nicht ganz rein geht oder er geht rein aber dann ist er ziemlich voll vielleicht war es auch diesmal ein bisschen mehr aber eigentlich haben wir 1,2 tonnen auf vier big bags aufgeteilt genau dann gucken wir uns gleich noch einmal das sagt gut an der ist wirklich voll geworden aber ach so mal aber guck mal hast du schon mal was hinter deine ecken gedrückt mann flovi da gehst ja noch mal ein big bag rein wir wollen ja wirklich mein freundgewicht noch ane ich wir wollen ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Morgen früh wollten wir eigentlich anfangen mit der Scheibenecke und wollten da Gas geben, aber das sieht wohl so aus, als wären wir erst Donnerstag in Gang kommen. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Zum anderen habe ich jetzt Detlef erst mal einen Ersatztrecker besorgt, der ist da immer noch nicht lieferbar und man weiß auch noch nicht wann er richtig kommt. Ich kann da auch noch nicht mehr zu sagen Leute, ich versuche euch auf jeden Fall den Ersatztrecker nicht zu zeigen, weil sonst könntet ihr schon eine Tendenz haben, was kommt. Das ist ja klar, dass man meistens von der Werkstatt den bekommt, wo man auch im Nachgang die Maschine von bekommt. Das ist ja ganz klar. So, ansonsten bin ich mal wieder bei Florian am gucken. Wollte mir das jetzt noch einmal angucken, der fährt jetzt heute Nachmittag schon wieder die ganze Zeit. Ich gehe noch einmal noch mal raus gucken. Auf den Luftaufnahmen, gerade mit viel Mauerwuffhaufen, das Ding macht top Arbeit. Das Ding macht top Arbeit. Aber der Preis ist auf. Also ich weiß, ich darf wahrscheinlich keinen Preis nennen, aber mir wurde dazu ein Preis gesagt. Muss man natürlich wissen, ob er denn das wert ist. Ja, das geht ja wieder. Wir haben ja hier auf dieser Seite des Standortes, das sind so ein bisschen drei Wiesen, deswegen haben wir Probleme mit Maulwürfeln, ansonsten gar nicht so viel, aber hier ist das besonders schlimm. Also hier spielen unsere Maulwürfe regelmäßig viel Gewinn, wenn ihr das ja selber seht, wie viel hier sind. Das ist ja einer nach dem anderen und das ist halt wichtig, dass wir da gerade die einebenen und nachsehen. Das ist der Hauptursachepunkt meistens für Dreck im Futter, ganz ganz oft. Wenn man das so sieht und jetzt geht hier so ein Mähwerk sozusagen drüber und mäht hier auf dieser Höhe das ab, dann nimmt der halt einmal komplett den ganzen Erdhaufen mit, wirbelt den durchs Futter. Der frisch geschnittene, die frisch geschnittenen Pflanzen, da tritt ja Pflanzensaft auf, manchmal sind sie noch ein bisschen feuchter, bleibt direkt dran kleben und dann geht das Ganze nachher durch den Häcksler oder durch den Ladewagen, durch die Presse. Und wir haben jede Menge Dreck im Futter, wenn ihr da mal hier guckt, seht ihr das, wie viel hier ist von dem Maulwürfeln? Das ist total krass, das ist total krass. Ja, alles können wir auch nicht machen, da unten ist es nach wie vor nass und feucht. Da müssen wir halt wieder später, aber das ist so typisch für unsere Region und viele werden ja auch so denken, oder einer im Stream hat heute auch gefragt, wäre es nicht besser, wenn du wartest, bis alle Flächen abgetrocknet sind und dann fängst du an? Ja, wenn ich darauf warte, dann glaube ich komme ich in einigen Jahren gar nicht voran, dann mache ich den ersten Schritt, bevor das eingetreten ist. Und man muss auch sagen, hier sieht man es selber, hier fängt das Gras an zu wachsen, da unten in der nassen Zone, ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht, da ist das noch braun, weil durch den Moorboden, durch die Feuchtigkeit ist das Ganze kalt und da wächst es noch nicht und deswegen muss man hier schon zeitig rauf. Also hier hätte man, wenn die Befahrbarkeit schon gegeben wäre, auch schon vor zwei, drei Wochen das machen können. Meine Erfahrung ist, je früher desto besser, also gerade wenn man so auf die Flächen raufkommt, dann fertig machen, dann hat die Saat auch da noch einen gewissen Zeitvorteil, weil wenn das Hauptgras richtig anfängt zu wachsen, ist es natürlich schwierig für die Saat dagegen anzukommen. Ich fahre jetzt nochmal rüber zu Zwenni und dann fahre ich mit Detlef den Ersatztrecker holen und dann fahren wir schon mal den 39er weg. Wird ja so ist, Leute, auch wenn die Kamera aus ist, hocke ich hier auf dem Grünland und pulen und suche die Saat und dann habe ich gerade gesehen, hier zum Beispiel wird es mooriger, hier sieht man richtige Schlitze, da seht ihr das? Richtige Schlitze, die der Striegel rein macht und da habe ich gedacht, ja Mensch, wenn die Schlitze da sind, dann muss man doch die Saat sehen und tatsächlich, muss ich mal gucken, hier sieht man die Saat, da sieht man auch die Saat, also ich habe mal so ein bisschen geguckt, man kann das so richtig tatsächlich ein bisschen abklappen, die Striegel sind so robust und machen so einen richtigen Schlitz in den Boden rein und so dass man hier auch hier und da immer wieder die Saat entdeckt. Das ist natürlich schwierig für ein Auge, weil nicht jedes Saatkorn ist richtig groß, also da sind ja auch ein paar Seemereien dabei, die sehr, sehr fein sind, aber ihr seht selber, das ist auch so ein bisschen der Hauptpunkt, dass das so unter die Narbe soll, weil wenn es hier rauf kommt, dann bringt es gar nichts, wenn es jetzt aber hier, wie diese Körner, die wir eben hier hatten oder wie diese Körner da, jetzt habe ich es weggemacht, wie das, was hier war, wenn es da ist und es so rangeklappt, dann wächst das auch, spätestens nach dem ersten Schnitt, wenn sich das etablieren kann. Aber hier ist natürlich schon eine sehr üppige Grasnarbe, die ist natürlich schon sehr dick, wenn man das hier so sieht. So kommen wir zum Fazit von dem Ganzen, also wie lief das Ganze jetzt nach drei Tagen, wir haben den jetzt gerade sauber gewaschen, was kann ich euch dazu sagen? Tendentiell, die Walze, mega geil, also die drückt wirklich punktuell gut an, macht ein super Arbeitsbild, hat eine schöne Selbstreinigung auch im Moor, auch im klebrigen Moor, wenn es richtig feucht ist, richtig schwarze, batzschige Erde, hat die überhaupt keine Probleme damit. Das Ding ist absolut mein Favorit, muss ich sagen, also die Walze an sich finde ich schon absolut Hammer. Und auch wenn ich jetzt in den nächsten Jahren bedenke, Erbsen anzubauen, ist das Ding glaube ich total geil, um nochmal hinterher über die Saat zu fahren, einfach auch um kleine Steine zu verstecken, um das Ganze einzuebenen. Gerade ihr wisst selber, Erbsen muss man sehr sehr bodennah dreschen, das glaube ich totaler Bringer. Kommen wir zum Striegel. Die Zinkensaat funktioniert super, das ist uns auch definitiv aufgefallen, das konnte ich auch immer wieder im Boden sehen, also immer wieder, wenn ich nachgegraben habe, sind tatsächlich ein Großteil der Körner in der Erde gelandet. Das ist ein deutlicher Vorteil gegenüber einem normalen Zinken oder beziehungsweise einem normalen System, das kann ich definitiv so sagen. Und auch im Moor, wenn die Grasrosen ein bisschen weiter raus stehen, kommt die Saat wirklich dahin, wie es aussehen soll und dadurch, dass das Ganze direkt angewalzt wird, ist das eine super Sache. Das schafft mir persönlich auch ein Zeitfenster, ich muss nicht mehr direkt immer alles nochmal nachwalzen. Gut musste ich mit der Drillmaschine auch nicht mehr, weil die selber rückverfestigt, aber nur mit einem Striegel alleine schaffe ich es nicht. Der Striegel ist zu schnell, die Walzen kommen nicht hinterher und das ist sozusagen die Problematik, die ich in den letzten Jahren hatte, deswegen bin ich auf Drillmaschine gegangen. Aber das System hier hat mich schon wirklich sehr überzeugt. Hier vorne wird es gut eingeebenet, muss man sagen, das Ganze ist richtig robust gebaut, da gibt es nochmal Schlüssel dazu, damit man das hier verstellen kann und das kriegt auch einer ohne Probleme hin. Die Zinken an sich auch sehr sehr robust halten richtig gut gegen, also wir haben die auf dem Sanding-Standort richtig aggressiv eingestellt gehabt und die laufen auch wirklich gut hinterher. Was ist uns aufgefallen? Jetzt nach den Tagen können wir sagen, die Anbringung der Schläuche, da müsste irgendwas kommen, dass sie permanent nach oben gehalten wird, weil wenn man eng rumholt und wir hatten es einen Abend hier, man sieht es, den haben wir nachpressen lassen, das ist unser, den haben wir neu machen lassen. Der kam hier unter beim Lenken, der hat sich dann abgeklemmt gehabt und dann war der Schlauch kaputt. Ich glaube, entweder der oder der. Einer von den beiden mussten wir neu machen lassen, den haben wir dann ausgetauscht. Da waren wir sozusagen abends bei, also das ist ein Punkt, wie bei der modernen oder beim Güllefass bei mir jetzt auch, da ist irgendwas mit Federn oder so angebracht, dass das Ganze richtig schön arbeiten kann, aber dennoch hoch gehalten werden kann. Eines der Punkte ist mir aufgefallen, hier beim Abdrehen alleine, wenn man hier eine Schale untersteht und man muss nebenbei sozusagen das Rad drehen, ist es besser, wenn man zu zweit wäre. Hier könnte man sich irgendwas vorstellen, dass man irgendwas hier einhaken kann. Ich weiß nicht, was es original dazu gibt. Wir hatten nur unser Equipment mit unserer Waage und unserer Schale. Das kann auch sein, dass das in Wirklichkeit viel, viel besser und angenehmer gelöst ist. Das ist eine super Sache. Tank geht auch eigentlich gut leer am Ende, das bekommt man auch problemlos hin. Was uns dann auch noch aufgefallen ist, bei den Rädern, da gehen wir mal rum. Bei den Rädern ist uns aufgefallen, dass es hier unten befestigt, also diese Abstreifer sind hier unten befestigt. Ich weiß nicht, ob es bei uns passiert ist, das muss ich mal auf den Videos gucken, aber auf der Seite fehlt der schon. Was ich mir vorstellen kann, wenn sich hier Material vorsetzt oder man bekommt Vibrationen, dass sich das Ganze hier runter schiebt, da denke ich, da muss irgendwas mit einem fixen Punkt, weil das kann hier einfach runterrutschen, wenn das nicht mehr richtig hält. Zu den Reifen ist uns aufgefallen, wenn der Boden ein bisschen feuchter wird, drehen die irgendwann gar nicht mehr und schieben Material auf. Das heißt aber wirklich so eine grenzwertige Zone, wo man noch eigentlich gut durchfahren kann, aber der Boden ist doch schon ein bisschen schmieriger. Also wir reden hier vom Moorboden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze nochmal mit breiteren Reifen und mit anderen Profil vielleicht besser läuft. Noch mal einmal abgrüßen, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft, damit auch das Profil, damit das auch immer vernünftig abrollt, weil auch die Gräser und so irgendwann ist es rutschig-flutschig, wenn es ein bisschen schwerer wird, weil die ganze Last im Prinzip vom Striegel läuft ja auf diesen Reifen, wenn er mit Schwimmstellung gefahren wird. Er wird ja mit Schwimmstellung gefahren und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Reifen noch ein bisschen breiter werden mit einem anderen Profil. Aber dann ist die Sache, dann kriegt man die vielleicht nicht mehr gut gereinigt hier mit dem Abstreifer. Das ist vielleicht auch so eine Sache, muss man gucken. Das ist uns aufgefallen und ansonsten die Verstellung ist super mit den Reifen und die Anpassung, das funktioniert auch wunderbar und geht auch schnell. Also das hat Flory auch gesagt, wenn er gemerkt hat, er ist jetzt hier in einem anderen Boden unterwegs, dann hat er fix einmal die Reiter ein Stück weiter rausgefahren und dann hat sich das Ganze wieder wunderbar angepasst. Das ist so das, was uns jetzt aufgefallen ist, alles in allem. Ich habe das gerade nochmal mit Flory gesprochen, was er dazu sagen kann. Insgesamt ist er begeistert, ich bin ziemlich begeistert von dem Gerät und muss auch sagen, für mich ist das vielleicht auch eine Alternative zu meiner aufwändigen Nachsaat mit der Drillmaschine. Wir beobachten jetzt erst mal das ganze Verfahren. Wie sieht es aus am Ende mit dem Feldaufgang? Was wir jetzt nicht mehr gemacht haben, das merke ich auch eben gerade erst, wir wollten nochmal mit den Walzen über die Maisstoppeln rüberfahren. Jetzt brauchen wir das nicht mehr, jetzt ist das Gerät gewaschen. Aber das soll nämlich eine hervorragende Arbeit machen, das haben ganz viele von euch geschrieben und sie haben wohl auch sehr überraschend eine DLG-Medaille gewonnen oder so in Sachen Maisstoppel. Da will ich jetzt nichts falsch sagen, aber sie haben auf jeden Fall eine Auszeichnung für die Maisstoppelbearbeitung mit dieser Walze gewonnen. Also die Walze ist wirklich der Renner. Die braucht man mal im Treppenaufgang, die muss man sich mal hinstellen. Weil die auch schön einzeln aufgehangen ist, hängt sie ja nachher nur noch hier frei beweglich in dem Bereich, schön gelagert. Also die passt sich wirklich super den Boden in. Also von der Walze bin ich sehr sehr begeistert. Aber auch der Striegel mit der Zinkensaat, das ist so schön robust, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit meinem, ist das eine Top Sache. Und letztendlich ist das vielleicht interessant, jetzt einfach mal den Feldaufgang abzuwarten und zu sagen, okay, so ein Ding macht Sinn gegenüber meiner Drillmaschine. Das ist natürlich mit Abstand das teuerste Verfahren, wie es am Ende aussieht. Also ich muss ja jetzt auch nochmal eine Menge wieder mit der Drillmaschine machen, da wo wir jetzt nicht reinkamen. Ja, das ist erstmal dazu sagen. Wie gesagt, eine reine Schlitzsaat, denke ich mal, ist bei mir relativ problematisch, gerade wenn man diesen engen Abstand hat, was ja diese grünen Nachsatzgeräte haben, denke ich mal mit dem Moorboden, der ist ja wirklich batschig und klebt. Ob das da hervorragend funktioniert, ist eine andere Sache, wir können es ja leider nicht testen. Soviel aber erstmal dazu. Das ist erstmal mein Feedback zum Ganzen. Ich hoffe euch, das hat euch gefallen, die ganze Sache, dass wir sowas mal testen, dass ich das so ein bisschen mal ausgiebiger mache, anstelle von, ja, guck mal, wir sind das jetzt gefahren und das Ding ist rot. Wie gefällt euch das? Also lasst mir ruhig mal ein Feedback in den Kommentaren, wie ihr das Ganze findet, ob ihr wirklich so eine ehrliche Meinung haben möchtet, so einen ganzen Test oder ob ich das einfach bloß mal einmal zeigen soll, mit Bildern hinterlegt und dann ist das gut für euch. Das wäre super interessant und auch natürlich in der ersten Folge habe ich das Ganze mal ein bisschen cinematisch in Szene gesetzt. Mir macht das Videodrehen einfach Spaß und deswegen habe ich mich da mal ein bisschen versucht. Ich hoffe, das ist ganz nett geworden. So, dann neigt sich der Tag schon wieder zum Ende, dem Ende entgegen. Im Auto ist Lisi mit Anton, die kamen gerade zu Fuß zum Betrieb. Anton ist ja momentan ein bisschen krank, Lisi muss ihn den ganzen Tag betreuen. Ja, wir sind hier am Walzen, da fährt Sveni. Und warum machen wir das Ganze eigentlich? Ich habe es ja schon mal erklärt und viele sagen dann aber, ja, du bist doch aber denn schon mit der Walze vom Güttler rübergegangen, mit der Prismenwalze reicht das nicht auch. Ne, das ist was komplett anderes bzw. das ersetzt ja keine richtige Glattwalze, die mehrere Tonnen wiegt, die den Boden halt richtig einebnet. Also das schafft man ja im Prinzip nur mit einer Walze, die richtig schwer ist. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier den Weg angucken, der war ja ziemlich ausgefahren, dann kann man das auch sehen, wie krass das ist und wie viel das bringt. Seht ihr das? Der Weg war ja hier ausgefahren, der wird jetzt mitgewalzt und daran sieht man das zum Teil ein bisschen oder sieht man das am besten. Und hier ist ja relativ trockener Standort, wenn man jetzt aber auch auf dem Moorgrünland guckt, da haben halt tatsächlich Spuren reingefahren durch die Feuchtigkeit im Herbst oder so und die werden halt damit komplett weggewalzt und das schafft halt eine andere Walze nicht. Wenn man das auch hier sieht, ist halt hinterher richtig glatt. Und viele meinten dann auch, macht es nicht viel mehr Sinn, erst zu walzen, dann zu striegeln, weil man drückt ja das ganze trockene Gras und das Moos wieder an. Das ist ja Blödsinn, Leute. Das ist ja jetzt hier oben drauf nach wie vor, das ist ja abgetrocknet. Man walzt jetzt im Prinzip nur die die Pflanzen an und es ist ja trotzdem hier oben lose, weil das drückt man ja letztendlich nicht wieder an und da wächst ja jetzt trotzdem die Saat gut durch und die Pflanzen gut durch. Also das erholt sich hier relativ schnell und durch das Walzen bestockt sich das Ganze und dann wird die Grasnarbe so richtig fest und dick und man hat nachher ein exzellentes Grünland. Pflegemaßnahmen sind das Maß aller Dinge bzw. sind eins der wichtigsten Punkte im Grünland. Ich glaube, das habe ich diese Woche zu Genüge gesagt. Bei Grünland ist es so, es muss erst wirklich schlimm aussehen, damit es richtig gut wird und meine Erfahrung ist, je schlimmer es nach einem Striegeln aussieht, das muss richtig zerfranst aussehen. Wenn ihr zum Beispiel diese Punkte seht, da ist natürlich eine Menge Erde dazwischen, aber da war auch schlichtweg dann kein Gras mehr. Da wird dann einfach das tote Gras weggekehrt und dann muss es auch frei sein, damit die Nachsaat und andere Gräser da wieder durchwachsen können. Wenn die Grasnarbe gut ist, dann sieht es danach zum Beispiel wie hier, dann sieht es danach auch viel besser aus. Wenn das nur so aussieht, dann geht da ja auch der Striegel nicht so rabiat durch. Also beseitigt der Striegel im Prinzip eigentlich nur altes Gras und sorgt dafür, dass die Nachsaat vernünftig anwachsen kann. Sven zieht jetzt hier noch seine Bahn fertig oder zu Ende, dann ist er mit dem Stück durch. Ich weiß erst mal noch nicht, wie es weitergeht in der nächsten Folge, ob wir rechtzeitig die Teile für den Gülleverteiler bekommen. Den 939 haben wir jetzt vorhin weggefahren, ich habe einen Ersatz für Detlef bekommen, den holen wir morgen früh ab, da ist noch das Blinklicht kaputt. Das ist natürlich kein neuer Schlepper, den wir jetzt als Ersatz bekommen, der Hof ist leer. Das war es erstmal in dieser Folge, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, egal wann ihr das guckt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao! Bis dann, ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020